hallo liebe leute wir fahren jetzt nach wir fahren jetzt nach das ist so die wände sind da und so soll geil sein keine ahnung wir fahren jetzt einfach mal dahin heute war es so heiß ich kann euch das gar nicht beschreiben wie heiß es heute war und es ist immer noch sehr heiß und es ist viel verkehr und der bürger fährt super auto kann denn bei einer automaten wir sind jetzt in weinwood und wir haben jetzt diese food truck station gefunden und da gehen wir auf jeden fall essen guck ihr euch das mal an wie geil ist das denn familienausflug guck mal wir können glaube ich über ich glaube ich glaube auf jeden fall ist die ecke voll geil sieht voll künstlerisch aus ist ja auch ein bisschen gefährlich hier dieser bauernhof zum beispiel sieht man gar nicht so gut bauernhof? ja was ist das hier eine kleine fahr parkplatz das ist der tschau auf jeden fall müssen wir tagsüber mal hier dann sieht man das besser ja wir gehen auf jeden fall tagsüber nochmal hier hin hier soll das essen jetzt wo wir hingehen richtig 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 geil sein das testen wir jetzt mal richtig schluckelig ne? richtig schluckelig ne? viele familien ja das ist mal schön aber was hast du denn Hunger? hier kannst du mario kart spielen hier kannst du denn ran Das war's, das war's. Mexikanisch auch geil. Guck mal hier, was gibt es da? Das kannst du da essen. Ja geil. Das sieht man nicht so gut. Was ist das? Das kommt von da? Aber zu dunkel. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker hier, ne? Ja. Lecker? Heftig. Voll heftig lecker. Okay, das war's. Das war's. Das war's und kriegt was für hier. Das war's. Das war's. Okay. Die Runde ist ein ganzes Wachstum. Heute ist ein großer Tag für Marco Cesari, er kauft sich Unterhosen, ich glaube 500 Stück. Keine Ahnung, das ist ein Ritual, ich doch reicht jetzt erstmal. Nee, hol mehr. Das ist ein Ritual, ich glaube 500 Stück. Ja, das ist ein Ritual. Ja, das ist ein Ritual. Bis zum nächsten Mal.